Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 12. Juli Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern Der Herr mit euch. Sie antworteten Der Herr segne dich. Ruth 2 Vers 4 Wie diese Leute miteinander reden. Es ist ein glutheißer Erntetag. Solchen Tag verlangte die letzte Kraft von den Schnittern. Da kommt der Gutsbesitzer. Man könnte sich jetzt, es wäre ein Gedankenspiel, ausmalen, wie nun die Begrüßung vor sich geht. Wir kennen doch verdrießliche Chefs. Wir wissen doch, wie überreizte Arbeitnehmer aufbegehren können. Wir haben es doch erfahren, wie hart Menschen miteinander sprechen können. Und wie kalt und wie böse. Ja auch wie gemein und dreckig. Und hier? Der Herr sei mit euch. Boas spricht nicht von einem nebulosen Herrgott. Der Herr. Das Wort in der hebräischen Ursprache ist der geoffenbarte Gott, der mit seinem Volk einen Bund gemacht hat. Der sei mit euch. Nicht nur in der Kirche, sondern hier, mitten in der heißen Arbeit. Da seh er euch Schatten in der Hitze und Freude im Alltag. Und die Schnitter antworteten, Der Herr segne dich. Wie diese Leute miteinander sprechen, es ist erstaunlich. Das war eben eine andere Zeit, denken wir vielleicht. Oder das waren damals andere Sitten. Oh nein, hier begegnen wir Leuten aus der Gemeinde des lebendigen Gottes, der in Jesus sich geoffenbart hat, der seinen Leuten einen neuen Geist gibt, dass sie einander nicht beschimpfen und sich gegenseitig den Teufel auf den Hals wünschen, sondern die einander segnen. Wo das Licht der Gnade Gottes in Jesus hinkommt, wird alles anders, sogar die Sprache, in der man miteinander verkehrt. Herr, du musst auch bei uns viel neu machen. Tu es bitte. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.